Wer ist der wichtigste Mensch in Deinem Leben? Wen darfst Du jederzeit umarmen und liebhaben? Wer genießt Deine Nähe? Wer mag Dich so wie Du bist? Wer steht immer zu Dir? Wem darfst Du zu 100% vertrauen? Wer gibt Dir alles? Die Antwort kennst nur Du. Sag, dass Du wichtig bist. Umarm Dich und hab Dich lieb. Genieß Deine Nähe. Mag Dich so wie Du bist. Steh zu Dir. Vertraue Dir. Gib alles. Du bist es Dir wert.